Das ist ein ganz tolles Projekt, ich sehe das jedes Mal beim Leuchten in den Kinderaugen. Wenn sie dabei sind, wenn wir trainiert haben, die sind kaum aus der Halle rauszukriegen, bin ich sehr dankbar dafür und ich freue mich auch davon teilzusehen. Mein Name ist Maik, ich komme aus Falkensee, gehe auf das Marikoril-Gymnasium in Dalgau. Ich heiße Kira Laugner, bin 17 Jahre alt, komme aus Felden. Ich heiße Ben Friedel, komme aus der Grundschule Friedrich-Wolf. Es macht sehr viel Spaß, mit anderen Kindern zu spielen, auch aus anderen Klassen. Also ich bin Anton, ich komme aus Marlow, 15.8.1. Es gibt mir einfach dieses tolle Gefühl und es ist einfach ein richtig toller Sport. Vor fünf Jahren standen wir und mussten erstmal einen Weg herausfinden, wie man sowas aufbaut. Und es gab sehr viele Fragen und es gab auch Fragezeichen und Kopfschmerzen. Ich glaube, wir haben das echt Schritt für Schritt sehr, sehr ordentlich aufgelöst. Und das Resultat sieht man immer am Abschlusskornier. Bis zum nächsten Mal.